hallo so einen servus zusammen einen wunderschönen tag wünsche ich euch da draußen ihr habt geschrien wir haben es vorher mal besprochen wir haben jetzt das start set oder säge ja kostet 1000 euro wir wünschen euch viel spaß damit also ihr habt geschrien ihr braucht ein starter set aber so einfach wie man das manchmal denkt ist es nicht es ist tatsächlich sehr umfangreich das so zu tun bzw in der qualität wie ich das für euch haben möchte wollte ich keine abstriche machen und das haben wir geschafft dass wir das nicht machen müssen wir haben keine abstriche gemacht so startet ja wir haben eine stil ms 162 soweit klar ein super geiles einstiegsgerät wenn man wirklich damit bedingt anfangen möchte gibt es auch ein video wo man zum beispiel sieht wie wir die glocke tauschen ja soweit alles klar ihr bekommt wir wissen ob das mittwochs oder man sonntags video wird oder ob das mal einfach zwischendurch kommt ihr habt keine ahnung ist auch egal ihr bekommt wenn ihr das paket bei uns bestellt natürlich wie soll es anders sein originalschiene ich packe die auch gleich mal aus mir jetzt ja ist doch meine kann damit machen was ich will so ihr kommt ihr bekommt eine schiene original stil und natürlich auch eine kette original stil dazu soweit klar du könntest theoretisch diese kettensäge auch wieder umbauen und größere sachen die du ausblockst zum beispiel ja oder wurde viel wegschneiden muss wo es noch nicht auf details drauf ankommt kannst du ja theoretisch die schiene nehmen ja du hast zwei sägen in einer ja du musst so umbauen aber das ist eine sache bei einer stil von zwei minuten ja bei mir spricht nur die faulheit aus dem buch deswegen weil ich 1000 motorsägen habe ja so kriegte das ich mache mal den deckel auf so wird die auch ausgeliefert mit der originalen kupplungsglocke ja soweit klar ihr kriegt von uns dazu viertel zur ritze carving schiene die ist jetzt von stil so und jetzt kommen wir noch mal ins boot es ist teilweise muss ich ganz ehrlich sagen nicht ganz so einfach bestimmte schienen zu bekommen ich möchte aber dass die qualität nicht leidet also entweder stil carving schiene oder gp cover titanium die haben beide dieselbe qualität das design was hier oben drauf ist ja vielleicht lassen wir uns noch ein kleines schmangel für euch ausdenken aber lasst uns auch bei überraschung wir wollen wenn ihr das paket bekommt ihr auch dass ihr ein lächeln auf dem lippen habt und dass er denkt oh damit habe ich vielleicht nicht gerechnet so weit so gut natürlich gibt es da auch eine carving kette dazu mit abgeschrägtem zahndach auch wieder stil hochwertig wir brauchen natürlich ein kleines bisschen schutzausrüstung ja deswegen ich predige es ja immer gelbe gläser es gibt eine schutzbrille von uvex dazu ich habe einen großen kopf sieht vielleicht nicht so super und die style ist auf meinem kopf aus aber sie schützt und für das was ihr da machen wollt ist das teil ideal also auch eine hochwertige schutzbrille von uvex dann ganz wichtig auch wenn man mir das nicht manchmal nicht ansieht wenn ich richtig im schnitz modus bin habe ich sehr viel schutz sachen an ja auch hier ein gehirrschutz von 3m von pelter ja es gibt auch die weniger gute variante wo ein bisschen mehr geräusch durchkommt aber ich finde diese benutze ich seit 15 jahren supergeil die könnte natürlich auch für andere sachen verwenden dass ein kettenschutz dazu ist brauche ich nicht reden war gehört sich so auch der ist natürlich dabei und jetzt was für mich wirklich wichtig war für alle vollpfosten unter euch da draußen und da zähle ich mich tatsächlich immer noch mit rein ja haben wir was spezielles besorgt ja das ist eine feillehre ja klugscheißer modus bei euch an für die die den tiefenbegrenzer hört hört tiefenbegrenzer das geht automatisch mit das heißt wenn wir eine kettensäge haben und durch feilen geht das mit der säge automatisch dass ihr den räumen automatisch mit tiefenbegrenzer mit runter nehmt und hier ist auch super geil gezeigt dass eine feilrichtung drauf also ihr könnt es theoretisch und auch praktisch nicht verkehrt machen was nützt dir eine geile motorsäge wenn du danach da steht und die kette wird nicht scharf und das hier ist für anfänger und der also und für vollpfosten so wie mich und ich benutze das tatsächlich auch und das geht auch für die karte das geht auch für die karte und es geht auch für die normale schiene ja also geiles feature auch original stil ja auch das war mir wichtig weil das system von stil funktioniert in diesem hochwertigen dazu sage ich kleiner was ja dieses hochwertige set kostet 449 euro zuzüglich versand ja kommt mir bitte jetzt nicht mit der aussage es geht irgendwo günstiger es geht immer billiger ich will aber qualität für euch da draußen für eine geile community will ich geile qualität oder für jene jeder vielleicht noch nicht community mitglied ist oder vielleicht sagt mensch ich kenne das noch gar nicht möchte trotzdem die qualität die für alle anderen haben möchte und auch für mich haben möchte ich könnte würde damit arbeiten so wie das gerade ist deswegen 449 euro zuzüglich versand so und weil wir echt liebe typen sind und mädchen haben wir uns überlegt das ist speziell ich gerade eben vor dem video ich glaube trotzdem ein klient anreiz zu geben hier haben wir das carving öl von medialoop also von catlets und ich lehne mich jetzt aus dem fenster und sage das ist das beste carving öl der welt und es ist auch so ich habe seitdem ich das benutze nie nie wieder einem schiene kaputt gemacht und das finde ich gut ja so eine bude wird auch trocken dreckig geräte reiniger konzentrat so die ersten 40 besteller ach komm lass uns 50 machen das ist eine runde zahl 40 euro 50 sieht einfach geil aus was ist denn jetzt mit den kohlen ja das interessiert die ersten 50 besteller bekommen entweder das oder das gratis und top mit drauf jetzt ist sie eine qvc werbe veranstaltung nicht oben muss übrigens auch werbung eingeblendet sein diesmal packe ich dir noch ein lachs worten ja pack ich mach noch ein lachs dazu ich könnte auch so marktschreiber werden also nochmal das alles was ihr hier seht 449 euro die ersten 50 besteller erhalten entweder gerätereiner konzentrat oben drauf oder eine packung carving öl im holzkunst schulz design tatsächlich das gibt es um www.holzkunst-schulz.de das set und ansonsten alles kann nichts muss ich möchte bitte keine blöden kommentare lesen ihr müsst das hier nicht kaufen wir haben euch jetzt was für euch geschaffen wo sofort anfangen könnt mit sägen das einzige was du noch brauchst ist benzin was nehme ich doch na was ganz einfach sonderkraftstoff von kettlotz was sonst da packen wir vielleicht mal einen link irgendwo mit rein ganz sicher wird es da einen link geben direkt bei kettlotz auf der seite könnt ihr das auch bestellen könnt ihr es dann auch da nachordern dann wünsche ich allen einen wunderschönen tag wir sehen uns im nächsten video passt auf euch auf bleibt gesund und bis später